Herzlich Willkommen zum E-Learning Anti-Diskriminierung. Heute werden Sie mit mir zusammen alles Wichtige zu diesem Thema erlernen. Ein Drittel aller Einwohner in Deutschland hat nach einer Umfrage den Eindruck, in den vergangenen zwei Jahren diskriminiert worden zu sein. Davon circa die Hälfte am Arbeitsplatz. Frauen erhalten häufig für die gleiche Arbeit ein geringeres Gehalt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die heutige Schulung dient als Maßnahme zum Schutz vor Diskriminierungen und zur Beseitigung von Diskriminierungen. Nach dieser Schulung werden Sie dann einen Überblick über die wesentlichen Regeln des gesetzlichen Diskriminierungsschutzes haben, der insbesondere im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, verankert ist. Sie werden Ihre Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer kennen und dafür sensibilisiert sein, was Ihnen und in Ihrem Umfeld in dieser Hinsicht passiert. Noch ein Hinweis, bevor es losgeht. Es handelt sich bei diesem E-Learning um eine Grundlagenschulung, die sich an alle Arbeitnehmer richtet, unabhängig von der Branche des Unternehmens und von Ihrem Arbeitsplatz. Diese setzt kein Vorwissen voraus. Falls Sie aber in der Personalabteilung arbeiten oder Führungskraft sind, ist zusätzlich eine vertiefende Auseinandersetzung mit bestimmten Themen erforderlich. Also was erwartet Sie heute ganz konkret? Sie lernen, was die Ziele des gesetzlichen Diskriminierungsschutzes sind und was genau als Diskriminierung definiert ist. Sie lernen ausnahmsweise zulässige Benachteiligungen kennen und erfahren, was man unter Entgeltdiskriminierung versteht. Wir schauen uns darüber hinaus die Rechte der Arbeitnehmer und die Pflichten der Arbeitgeber an und beleuchten die Rolle der Arbeitnehmervertretungen. Am Ende sehen wir uns noch die Folgen unzulässiger Diskriminierungen an. Auf dem Weg dorthin erleben Sie, was in einem Unternehmen geschieht, das, sagen wir einmal, nicht immer ganz korrekt agiert. Sie schlüpfen in die Rolle eines Richters und prüfen Ihr erworbenes Wissen kapitelweise und noch einmal am Ende in einem Quiz. Haben Sie das Abschlussquiz bestanden, erhalten Sie am Ende ein Zertifikat. Übrigens verwenden wir in diesem Lehrgang ein generisches Maskulinum. Eventuelle Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Personen und Unternehmen sind rein zufällig. In unserem ersten Kapitel werden Sie lernen, in welchen Situationen des Arbeitslebens der gesetzliche Diskriminierungsschutz gilt und welche Ziele er verfolgt. Was sind also die Ziele des Diskriminierungsschutzes? Los geht's! Das erste Ziel ist die Vermeidung von Ungleichbehandlungen, die ungerechtfertigt und ungerecht sind. Aber wann ist eine Ungleichbehandlung ungerechtfertigt und ungerecht? Grundsätzlich immer dann, wenn Ungleichbehandlungen aufgrund bestimmter Merkmale stattfinden. Ein Beispiel für so eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung wäre, dass der türkischstämmige Mitarbeiter Mustafa Özcan bei der Elektromüller GmbH kein Vertriebsleiter wird, weil die Geschäftsführung fürchtet, dass Kunden von einer Person mit Migrationshintergrund abgeschreckt werden. Das zweite Ziel ist die Wahrung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, der Menschenwürde und der Werte, die in Artikel 3 des Grundgesetzes, dem sogenannten Gleichbehandlungsgrundsatz, verankert sind. Das sind nicht nur Grundrechte des Bürgers gegenüber dem Staat, sondern auch Rechte und Werte, die für die Beziehung von Bürgern untereinander gelten, unter anderem durch den gesetzlichen Diskriminierungsschutz. Wenn es um den Schutz dieser Rechte und Werte geht, fokussieren wir uns in diesem Kurs auf drei Verhältnisse. Erstens auf das Verhältnis Arbeitnehmer und Bewerber gegenüber dem Arbeitgeber. Zweitens auf das Verhältnis Arbeitnehmer gegenüber dem Vorgesetzten und drittens auf das Verhältnis der Arbeitnehmer untereinander. Diese drei Verhältnisse werden uns während des ganzen Trainings begleiten. Durch den Diskriminierungsschutz ergeben sich aber auch weitere positive Effekte einer diskriminierungsfreien Arbeitsumgebung. Dazu gehören zum Beispiel ein verbessertes Betriebsklima, höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter und damit auch ein positiver Effekt auf den Erfolg des Unternehmens. Am Ende des Trainings werden wir noch näher darauf eingehen. Sie sehen also, Diskriminierungsschutz ist für alle ein wichtiges Thema. Sie haben jetzt die Ziele des Diskriminierungsschutzes kennengelernt, aber können Sie sich auch an sie erinnern? Testen Sie Ihr Wissen im folgenden Quiz.